einen wundervollen guten tag meine lieben zuschauer und seid herzlich willkommen zu einem anderen heyday video ja mal wieder ein heyday video am start ja und was soll ich sagen gab schon lange kein heyday mehr ursprünglich wollte ich das jeden tag machen jetzt sind wir momentan nur bäume ja es gab ein update übrigens auch man kann die fahne rüber verlegen es gab ein update und hallo wie ein update halt und so wir machen mal hier den wagen und ich habe das wollte ich gar nicht sagen nicht doof die doch das gab es auch aber es gab ein bluestacks update lustig läuft zum einiges geiler und ja noch geil ist dass ich jetzt wieder heyday videos machen werde schreibt euch auf euren terminkalender den dienstag 17 uhr ja merkt euch das denn ja ganz wichtig da werde ich streamen heyday ja dass ihr da bescheid wisst ich habe noch ein bisschen halloween update hier noch am start ihr fragt euch warum zeigst du nicht deine farben was ist hier los ich habe da ein bisschen was unternommen der zeit wo ich in aktiv war schreibt in die kommentare wie er es findet und ja ich bin dann jetzt mal raus denn ich habe die farm umgebaut ich finde es mega geil sich wirklich sehr sehr viel besser aus als vorher hier ist zwar noch ein bisschen leer aber hier finde ich kann sich das wirklich sehen lassen also finde ich wirklich exzellent das andere ding ist halt ich muss die bäume die toten auch weg kriegen da das gegen lebende austauschen aber ansonsten finde ich das doch wirklich sehr sehr schön ich habe wie gesagt auch sehr viel gemacht hier sind überall sachen fertig und so ich hoffe dass ich gleich genug platz habe so wir brauchen hühner futter wir machen auch ganz normal weiter und wie ist es euch in der zeit ergangen habt ihr heyday gespielt beziehungsweise was hat überhaupt kommt schreibt es in die kommentare mich interessiert dass die katze die katze stand hier so aufwachen also es hat auch wirklich relativ viel kostet ich muss ja die ganzen mauern hier kaufen und so so jetzt jetzt holen wir das ja erstmal aus den ganzen maschinen den ganzen kram raus das ist eine ganze menge also jetzt die hütte also der lagerraum glaube ich fast am anschlag kann man machen kann man auf jeden fall machen aber ein größerer lagerraum wir irgendwann schon mal schön so ich weiß nicht wie lange diese folge gehen wird ist wie gesagt erste folge wieder seit langem hey der wird halt wieder ganz normal kommen so aber ob das regelmäßig kommt steht nur in den sternen weil ich ja momentan auch mit wolfenstein und so beschäftigt bin und ich mich darauf fast voll und ganz darauf konzentrieren möchte und hätte ich den ganzen tag aufnehmen will deswegen ja dann wollte ich ja schon lange machen und ich muss halt wirklich sagen ja da ging halt mal was anderes zurück dass ich nichts gesagt habe war natürlich wieder ich ne also das ist halt vielleicht doof gelaufen aber ja hey der hitman habe ich jetzt ja durch von daher können wir das schon mal abhaken es hat alles reingepasst also ich habe sehr viel verkauft wie ihr seht das war auch einer weise gerade sehr blöd das war eigentlich noch blöder egal was geht hier schule kann erstmal abfahren 5 hätte die gebraucht ich habe einfach alle angepflanzt ich hatte also ich habe auch extrem viel milch jetzt hier also ich habe sehr viel futter gemacht da mir fehlt halt über über krass viel deswegen ja ich fand es generell ganz cool so wie immer die schaufel hier können wir noch ein bisschen was auch so was einschmelzen gold gut bisschen was ein gold machen ist aber immerhin etwas na so ich bin kurz vorm level ab auch warte mal das fährt habe ich ganz vergessen hat aufzwecken wo ist und das egal warte mal ran fallen da stand es habe ich nicht gesehen weil die mache ich jetzt hier nicht leer die bäume das ist nämlich überhaupt nicht gut denn dann sind die tot die bäume so machen wir hier vor ein bisschen was kann wir alles ja verkaufen so butter hätten wir machen können haben wir es natürlich nicht gemacht kann bisschen zucker machen können wir einfach überhaupt egal dann kaufe ich jetzt kaufe ich jetzt das ist egal gar kein problem ich hoffe natürlich da also ich muss mich hier erst mal wieder so ein bisschen rein finden in heyday kürbisse übertrieb viel momentan kürbissen richtig viele ich habe auch gesehen dass voll viele von den leuten die ich verfolge momentan gar nicht mehr spielen gut das ist sehr sehr schade kann ich aber leider nicht ändern ist normaler preis als das maximum was man da rausholen kann deswegen das ist natürlich jetzt aber das ist auch relativ leer der garten voll das loch so So, auf jeden Fall, ähm, ich muss gerade hier was gucken, äh, ob die Aufnahme jetzt auch läuft, das, äh, da muss man natürlich gucken, so, leider etwas länger geht, auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe ich mir hier ein bisschen was schön gemacht, so sag ich, unsere Kiste hier, hier ist sie, korrekt, korrekt, aber wo machen wir denn jetzt, hey, drüber habe ich voll Bock drauf, ha, ha, da muss man irgendwie immer die ganzen sägen, die ich kriege, einfach hier die ganzen Bäume weg machen, das ist wirklich lächerlich, so ein bisschen, ne, das man hat ja so wenig davon einfach frei kriegt, äh, werfen jetzt einfach noch so TNT da rein, so, dann ist die tatsächlich sogar voll belagert, sehr schön, die sind da voll am machen, können wir angeln gehen, haben wir auch schon voll lang nicht mehr gemacht, so, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wer sonst noch so aktiv, hey, der spielt, von meinen Abolenten, bin ich mal echt gespannt, ey, mach nicht Welle jetzt, hör auf, geht doch, sehr schön, wahrscheinlich erhöhe ich die Kapazität, wenn ihr eh nicht so oft habt, das würde ich machen sollte, weil ich habe ja gerade auch Schrauben und so gekauft, ich gucke mal, äh, ob wir jetzt etwas abreden können, mhm, mich grad doof, äh, hier, Schrauben haben wir, auf jeden Fall genug, sehe ich schon hier mit, ein Holz, könnte ich machen, mache ich aber nicht, ich spalze noch ein bisschen die, die Steinchen, ähm, eine Sache fehlte, wenn ich, das Ding und das, also, ne, das Haus, das kann ich ja nicht machen, habe ich auch nichts frei, ne, ne, natürlich nicht, schade, naja, auf jeden Fall war es jetzt erstmal die erste Folge wieder von Heyday, schreibt mir Feedback in die Kommentare, ich weiß, das ist für den Anfang mal wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen Kusselmodel, ja, nur, ich habe gesehen, dass die Nachfrage extrem hoch wird nach Heyday, und, äh, da will ich das doch dann auch mal machen, ne, und, ja, auf jeden Fall, ähm, wird Heyday jetzt vielleicht jeden zweiten Tag kommen, vergisst auf jeden Fall nicht, am Dienstag, ähm, 17 Uhr die Livestream auf twitch.tv slash mobilegamingtv, Link ist unten auch in der Beschreibung, ähm, und ja, ich hoffe, dass wir uns da dann sehen und bis zum nächsten Video von Heyday, bis dahin und ciao! Ciao!